Domnuss schickt seine Pokémon raus, er kennt sich mit ihnen super aus, meint er. Und damit willkommen zum zweiten Match mit Duraludon, mit mir, dem Terminast-Pokémon-Genei, ihr wisst ja. Theoretisch mein drittes Match, was ich aufnehme, aber ich habe zweimal das, äh, äh, Lichtfunkel-Set genommen. Wie heißt das denn? Flashkin, genau. Und jetzt nehme ich, ähm, Drachenpuls. Drachenpuls mit Stealthrock. Die auch wirklich Stealthy sind, wie wir gesehen haben, oder noch sehen werden. Ich bin noch unsicher. Ja, das ist doch kotze. So, hast du verdient, dafür klauen wir halt jetzt deinen Scheiß. Ja, ich könnte jetzt mit Pikachu das noch holen, aber ich habe ehrlich gesagt, keinen Bock die Eule in den Anus zu bekommen. Für nichts und wieder nichts. Unser Jungler ist da. Äh, ich hätte gern das da, er kommt auch weg. Gut, dann hole ich das noch. Wir haben diesmal Muskelband, Body Barrier und Item Nummer 3, welches ich vergessen habe. Ja, Pikachu lässt sich halt schon mega anschwächen. Ich habe relativ viel bekommen. Hilfe. Hilfe? Nicht? Komm schon, die sind alle fast tot. Jungler, ernsthaft. Ah, du kriegst auch keine Hilfe in diesem Spiel, das ist zum Kotzen. Dann geh jetzt bitte wieder hier Ding machen. Oder töte die. Na, ist auch okay. Drachenpuls hat jetzt nicht scheinen können, weil ich halt plötzlich in den Gegnern war. Und dann geht mein ganzes Spiel nicht. Wirklich tot. Es kommt doch auch ein Schi. Was soll denn das? Aber, ihr habt gerade gesehen, Damage war da. Sobald die diese kleinen blauen Punkte haben, die wir irgendwo auch noch sehen, mache ich die halt weg. Jetzt noch schön Stealth Rock da rein. Gib mir hier um den Sack. Lass dir auch gerne was. Kleiner Fünfer. Oh fuck, das sind aber ganz schön nicht zu wenige. Hehehe. Oh, da ist unser. Stimmt. Ich weiß, ich stehe im lila Regen. Möchte ein Feuerstarter sein. Bla bla bla. Komisches Lied. Dampadam. Merk die Scheiße. Stealth Rocks. Ich weiß, er sieht mich. Ist er auch gleichzeitig tot? Yes. Easy. Ich krieg gleich meine Ulti. Ich krieg gleich meine Ulti. Und das ist gerade mein Dreadnought. Nee, das wollte ich nicht. Und wir haben's. Ich sollte erst aufladen. Man muss Strength Pulse aufladen. Und da bin ich noch nicht so ganz hinterher. Mit meinem Gehirnchen. Hey, 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 hey. Ich hab grad Stealth Rocks nicht auf. Oh, und jetzt hab ich drei Bälle less. Wo gehst du hin? Jetzt noch du. Hm, ich bin allein, oder? Ja. Dieses Scheiß, äh, äh, kann Heavy Metal mich dafür schützen? Ich glaube nicht. Ähm, dieses Scheiß Maschok ist ein Riesenproblem für mich. Ich geh da jetzt auch hoch. Pikachu, ähm, der wird reinrennen und sterben. Äh, kann man nicht viel gegen machen. Irgendwo muss ich helfen. Und oben ist grad der Objective. Außerdem machen die das ganz gut. Dann schieß ich doch einfach mal Stealth Rocks rein. Und dann kriegt er nämlich ganz viel solche Dinge. Ich lade das aber auch nicht auf. Ich komme nicht mit meinem Gehirn drauf klar, dass man Dragon Pulse aufladen muss. Das ist ganz schlecht. Holtest du gerade, mein Kind? Nee, das will ich nicht. Hm. Hm, war nicht gut. Ja, jetzt ist Ding auch weg. Geh einfach. Oh, der war nicht gut. Na, ich hätte gleich sagen sollen. Haut ab. Das war jetzt mitunter mein Fehler, dass ich die da nicht rausgelotst habe. Gehört hätten sie nicht auf mich, aber... Bin ich bitte? Ja, bitte. Ja, ganz cool. Wartet ihr hier schon? Scheinbar nicht. Warte, die hier schon. Das ist ganz geil. Der kriegt gerade richtig Stealth Rock Damage. Ah. Das will ich nicht. Bitte nicht. Habe ich's? Ja, warte, ich habe Duraludon, habe ich's? Sorry, aber ich habe halt kein Scosh hier. Wir haben beide 50. Hätte es ihm jetzt gegeben, hätte ich auch nur einen Punkt weniger. Aber ich habe halt das Gefühl, ich werde nach Zapdos nicht ulten. Pikachu in der gleichen Position wie ich. Aber... Ne, trotzdem. Ich traue mir nicht zu, dass ich da einen guten Run-Run hinlege. Das ist einfach... Diese Range auch. Sie ist dumm. Stealth Rock Plus. Jetzt habe ich drei davon. Die habe ich gesehen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Es ist so gut, ich hab's so gern. Ist man weggeflasht? So was macht man nicht. Hier, fress mal Stealth zu deinem eigenen Tor. Ich will auch... War ihr Penner? Und die Bienen sind bei uns gespawnt. Ist ja geil. Sind die überhaupt doch da? Das kann ja geil... Gerne. Hol ich mir. Ich bin Level 14. Duraludon wird genervt. Also... Es ist nicht mal ein mega gutes Super-Stomp-Match. Ja gut, die Tore lassen uns ein bisschen anders erscheinen. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben auch was verloren. Wir haben ein paar Kämpfe nicht so toll gemacht. Und trotzdem, ich bin einfach Level 14 ohne Jungle. Nein, noch schön. Ich hab Body Barrier. Ich hätte den retten sollen, glaube ich. Okay, der Tank ist weg. Habe ich kurz rasiert. Das wird auf jeden Fall genervt. Das kann mir keiner sagen. Ich will nicht geultet werden. Weg, den Mongo. Stealth Rocks. Stealth Rocks. Ich geh unten lang. Pikachu geht auch unten lang. Der darf auch als erstes abgeben. Diesmal darf er, weil er weniger Leben hat. So nett bin ich. Oder er schafft es nicht. Ich hab Dragon Pulse gedrückt. Ist aber egal. Okay. Flash Cannon fand ich insofern besser, weil es für mich cooler aussieht und mehr Spaß macht. Aber Dragon Pulse, das wird genervt. Das wird, das wird in einer Woche genervt sein. Das ist, mal kurz gucken. Na, keine 100.000. Ich hab mich niemals so gut angestellt. Einfach, weil ich nie Dragon Pulse aufgeladen habe. Aber 100.000 sind drin. Immer. Unser Jungler übrigens. 41k. Also er ist näher an unserem Defender als an unseren Lanern. Okay. 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 Auf jeden Fall. Okay. Ähm, übrigens, wenn man es gut spielt, der Hase macht Duraludon fertig. Weil Duraludon nicht die Zeit hat, entweder mit Flash Cannon oder mit Dragon Pulse, äh, dem Hasen genug Damage zu drücken, um ihn zu K.O. Und während der Hase einfach flup, flup, flup macht. Weißt du? Weg. Stahl Pokémon sehr effektiv. Ist auch ein Drach. Ich weiß. Aber ist auch egal. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch ein bisschen positiv Wert im Kommentar abonnieren. Was ich noch sagen wollte, er outranged uns, hat er auch so wenig K.P., dass ich ihn halt wegmache, wenn ich mal ein paar Stecks auf ihn bekomme. Das kann liegen in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Termin ist raus. Bye-bye. Das macht so Spaß, dieses Pokémon. Das ist unglaublich. Wann bin ich bei 1800? Oh. Nice. .